Hallo Leute, mein Name ist Sozialer Inson und doch diesmal kommt alles anders vor. Ja, wir befinden uns auf dem Publikumplatz, dem Publikummorges abgehen wird, in der Ruhrsau. Die ganzen letzten beiden, die ausgewählt wurden, hättet er direkt die Tür an, als dringend ihren Parten. In der Ruhrsau, dafür kriegt sie aber auch keine wenige Punkte. Das heißt, einmal komplett deutschland. Wenn wir kurz zu gestanden sind, können wir durchsetzen wollen. Legen wir los mit Nummer 8, Captain Fight. Ein guter Erzunderstart. Ich hab beschlossen, dass er jetzt noch das ist. Der Stein der Camper. Mit denen werden die uns rumschlagen. Wir beginnen mit Captain Fight gegen die Shovel Nines. Ein guter Erzunderstart. Ich hoffe, das sollte man nicht überschätzen. Falcon!! Und muchas. Falcón! Was ist das so geil? Falcón! Fin. Der Ausbildente wieder kam. Falcón! Falcón! Der hat besser geschlagen. You win! Let the madness begin! Fight! FALCON! Was ist das jetzt? FALCON! 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 Auch! FALCON! 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 Oh! I'm here! Superfass Woaah, mein Essen! Der Kaffner hat sogar ein Aieieiei, Niederlage Yeah, Game Over Ihr könnt dann noch schön an Großartig sein Ich glaube Tappe mit 2 Artig, bis was ich mit Naja, pass ich mich gegen Tiki! Alles klar, Tiki. Eine Special Age gibt es jetzt nicht mehr für die Fighter. Dafür habe ich leider keine Zeit mehr. Wer die Falko-Fantic Nation dikoniert wird. Falko! Und abgeräumt, Tiki! Ich werde es los! Lass die Madness beginnen! Fight! Mit dem Min Min Trailer wurde ja auch bekannt, dass der Falko-Fantic Nation tatsächlich Vegeta ist. Das hätte sich gar nicht mehr für die Falko-Fantic Nation dikoniert. Boah, der Falko-Fantic Nation dikoniert. Die Falko-F existe ganze Jahre, das ist bekannt, Aber in der Fall nicht, ich teilt beim sich der Falko-Fisches, Das ist wichtig. Ich bin auch nicht seit des Pabachos, Ah, Schrainer der Falko-Fnsinn. Wortwürdig! Auf geht's! Falkon! 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 Das ist ein Schraub, ich muss ja auch nicht verkennt werden. Falkon kirk! Äh, die Sachen fällt so weit wie ich hatte, dass ich auch nicht auszutauscht sein. Falkon kirk! Falkon! 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 Falkon kirk! 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 Oh, ich hab sie durchgehauen! Yes! You win! Blocker Elfen gar nichts gegen seinen Volk. You are the strongest warrior! Das passt ja sowas von die Siegespose! Aber ich hab's hier ja noch einen Kampf nicht mehr aufgemacht. Bescheinend gibt's hier nur Duellkämpfer. Ja, also wenn es keinen der Kämpfer gibt, der würde uns die Survival-Kämpfer umschlagen. Hier kann man wählen. Man kann sogar zu Dritter trinken. Ja, dann trinken Sie zu Dritter an. Kämpfer vor allem. Mit zwei Weitungsbankern, muss ich sagen. Juh! Und man kann auch nicht gleich gehen. Ihr seht schon, die Papua Banker sind. Sie haben 93, sind am Start. Sie stammen mit der Feinde des Names. Die Papua Banker sind. Sie sind bereit? 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 sowie »Mito.« »Mitern!« Die Redaktion weil ich also weiß nicht, im Tier ein Paar! »Mitern« 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 Wir wollen nicht entscheiden, ob wir die Fans nicht normal oder nicht zusammen wollen. Ach, sehen wir nämlich einige werden perfekt. Und wir wollen... Krieg ich auch in die Grund! Aoooo! Ach ja, ich vergass mich, ich K.O. Das war eine geile Fucht mit K.O. Wins 0. Na super. Versuch doch mal! Auf sich das nicht mehr! Der Final Destination! Diesmal hab ich auch wieder Glatias! Am Start! Als Gegner! Als Erster, wohlgemerkt! Oh trzymaße! Ich weiß noch nicht mehr! Das heißt, ich hab dich auch wiederflucht! Auf mich dieses Kreise! Was bedeutet das, wenn ich ihr Eich habe das, als ich gar nichtcjeulernen! Das ist richtig. Das ist, was ich schon Ladies! Auf mich das! Vor mir geht's! Auf mich! Vor mir geht's! Nein! Auf mich! Auf mich! Auf mich! Auf mich! Auf mich! Ich glaube, wir brauchen einen stärkeren Partner. Ich glaube, wir brauchen einen stärkeren Partner. Das ist ein bisschen besser als du bist. Woops. Woops. Hier. Ich brauche einen eindeutigen Betten von Partner. Aber ich fühle mich so gut. Okay. Was? Not found? Error Loading. Was zum... Ich merke jetzt schon, dass es mir Probleme geben im Turnier. Es wird eindeutige Probleme im Turnier geben. Das hat leider nicht funktioniert. Ich sehe mir wohl einen Nanopanner heute. Was gerade gar nicht. Ich vermute, es werden nicht alle teilnehmen können. Aufgrund dieser zu gehen. Mal bekennen. Weißt du, was du Mate? Woah, jetzt ist raus. Ja, das ist eine Zonio-Nine. Jetzt kommt der Gegner unter den Ich hab' verloren? Oh, come on. Was? Diese Kombi ist scharfen, das hat sie echt in sich. Hä? Ich hab' verloren? Oh, come on. Was soll's, kann auch mal passieren. Patzt aber immer noch zu kurz, wir versuchen's weiter in Survival. Nightmare Sparkle, na klasse. Das können wir nicht mehr. Oh, come on. Oh, come on. Here goes. Come on. Oh, 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 come on. Noch ich ins Problemchen. Ok. Huh, Tombole. Da sind wir wieder? Falko... Benwett. Baken, alles klar. Das heißt, ich bin ein Freund. Wir sind ja. Ich bin ein Fuss. Falko... Falko, Falko ähm! Sonst hätte man einen Fuss für die Erklärung ausfahren können. Hey, mit der Sonne wurde er wieder. Ein Goku? Okay. Was sagt der denn jetzt? Autsch! Dieser Grund ist der Richtiger! Fuck! 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 Medic 1 Nein, aber Omo! So, das fänden wir. Geh ich jetzt raus. Piction Omo! Wow, das Bild ist neu! Das Bild ist neu, das kommt nicht so rum beinandert. Falko, grüppel! Falko, grüppel! Falko, blüht im Armut! Ich liebe die Bande. Das ist ein Kombo! Alles klar! Falko! Falko, die Bande! Falko! Oh, schau, auch. Läuft doch nicht schlecht jetzt. Oh weia, das war's hart. Weia, Franco! Weia, Franco! Oh, 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 oh. Die gewinnt. Aber wenigstens, ein paar Runden überlebt. Besser gesagt 17 Stück. Ich bin zufrieden, damit habe ich mir ein Ziel erlebt. So jetzt kommt noch Reality. Und Freeza. Bis zum nächsten Mal.